Guten Morgen! Auf dem Schafberg, 1200 Höhenmeter in der Fuhr. Es hieß jetzt, das sagt man immer wieder nicht. Kurz nach sechs. Alles wegen einem Lockdown. Erste Saal mitstreuen, nach hinten. Und da haben wir schon halbzeit. Ich glaube. Aber es ist nur ein Stückchen. So. Was hat er gesagt? Schleicht dich, du Arschloch. Nebel. Ja, danke Kugel. Nichts ist mit einem Frühstück, mit einem gescheiten Dach. Alles proppe, zu und dicht. Hey, fuhr ich, fuhr dick, gell? Jetzt. Ja, da kommt ein bisschen die Sonne. Das ist die Akkredi. Da geht's ja zum Gippe Kreis runter. Hey. Bergheil, hallo. Bergheil. Voll cool. Pünktlich zum Sonnenaufgang. Ja. Sonnenaufgang. Ja. Sonnenaufgang. Also irgendwie ist das doch kein so guter Blick. Ist das doch kein so guter Blick. So. Untertitelung. BR 2018 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 Ah, das war's. Ah, das ist ein Rappetier. Ah, das war's. Ah, das war's, was wir? Ah, das war's, was wir?